Ich möchte Bayreuth in meiner Amtszeit zu einer liebenswerten Stadt weiter fortentwickeln. Ich möchte schauen, dass wir die Weichen für die Zukunft so richtig stellen, dass wir investieren in die Zukunft, dass wir nicht nur irgendwie versuchen, die Zeit zu überstehen, sondern wirklich Bayreuth voranbringen. Dass Bayreuth, das zwar wächst, nicht die Bremslichter von den anderen Städten sieht, weil die sich besser oder schneller entwickeln. Bei einem Oberbürgermeister kommt es nicht darauf an, ob alt, ob jung, ob männlich, weiblich, sondern ganz einfach darum, wer kann am besten in der Zukunft Bayreuth voranbringen. Wer hat Erfahrung, wer hat das entsprechende Know-how, wer bringt die beruflichen Umstände mit, wer will Bayreuth voranbringen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass ich der geeignete Kandidat bin, als Oberbürgermeister für Bayreuth die nächsten Jahre zu gestalten und die entsprechenden Weichen zu stellen. Das Friedrichsforum wird nicht der Berliner Flughafen Bayreuths, ganz einfach deswegen, weil wir wissen, dass wir relativ gut im Zeitplan liegen, zumindest nach der jetzigen Form, dass wir die Finanzierung im Wesentlichen stehen haben, allerdings natürlich zu viel höheren Kosten als ursprünglich angedacht. Und wir müssen ganz massiv darauf achten, dass wir die entsprechende Nachfinanzierung hinkriegen. Das ist das einzige Hauptproblem. Entscheidend ist, was wir netto bezahlen müssen und nicht, was eine alte Bausubstanz kostet, es wieder gut herzurichten. Es ist auf jeden Fall wichtig, eine Stadt zu entwickeln. Deswegen muss man investieren. Und man muss dafür sorgen, dass entsprechend wichtige Baumaßnahmen investiert werden können. Wir dürfen die Schulden nicht irgendwie in konsumtive Ausgaben vergeben, sodass dann anschließend kein Wert rauskommt. Wir bilanzieren. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass unter dem Strich mehr reinkommt, dass wir mehr Vorteile haben. Und deswegen Investition auf jeden Fall geht vor. Bayreuth soll eine liebenswerte, dynamische Stadt sein. Der Umweltschutz ist groß ausgeschrieben. Das soziale Miteinander ist prima und man freut sich jeden Morgen, wenn man aufsteht, dass man in Bayreuth und nicht woanders lebt. Ich habe nur Lieblingsgegenkandidaten, weil es mir im Prinzip relativ egal ist, wer kandidiert. Ich möchte meinen Weg gehen. Ich bin überzeugt, dass der Weg der richtige ist. Und deswegen ist mir jeder ganz recht.